Im Juni hat sich im Bereich Hardware und Technik wohl so viel getan, wie noch nie zuvor in diesem Jahr. Alleine die Computex-Messe brachte uns super viele Neuigkeiten und Informationen. Von Prozessor-Leaks, neuen Tastaturen, einer skurrilen Tauschaktion von AMD bis hin zur GDDR6-Produktion ist alles mit dabei. Bitte wundert euch nicht, ich war eine lange Zeit lang stark erkältet. Mittlerweile geht es mir schon deutlich besser, aber die Stimme ist immer noch ein bisschen kaputt. Das wollen wir uns aber nicht von diesem Video aufhalten. Wir legen los, let's go! Los ging es am 3. Juni mit einem kleinen Missgeschick seitens AS-Rock. Die haben nämlich auf der Produktseite ihres AB350M Motherboards versehentlich 4 AMD-Prozessoren gelistet, die zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht angekündigt wurden. Dabei scheint es sich wohl um weitere Einstiegsmodelle zu handeln, Er wiegt zum einen um den Ryzen 3 2300X mit einem Takt von 3,5 bzw. 4 GHz. Er wird aller Voraussicht nach mit einer 65 Watt TDP auf den Markt kommen. Ein weiterer Leak betrifft den Ryzen 5 2500X mit einem etwas höheren Takt von 3,6 GHz Standard und ebenfalls 4,0 GHz Boost-Takt. Für eine angenehmere Stromrechnung soll zum einen der Ryzen 5 2600E mit 3,1 GHz und zum anderen der 2700E mit 2,8 GHz Taktfrequenz sorgen. Beide Prozessoren wurden im AS-Rock League mit einer TDP von gerade einmal 45 Watt angegeben. Einen Tag später, am 4. Juni, brachte der Hersteller ASUS den ersten 23,8 Zoll Monitor mit 240 Hz auf den Markt. Der ROG Strix XG248Q verfügt über ein TN Panel mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln, also Full HD und einer einzigen Millisekunde Reaktionszeit. Natürlich unterstützt dieser Monitor AMD's Freezing-Technologie, womit sich die Herzzahl des Monitors ständig an die ausgegebenen FPS anpasst. Somit entsteht ein deutlich flüssigeres Bild und somit auch ein deutlich gesteigertes Spielerlebnis. Des Weiteren packt ASUS den Monitor mit diversen Features voll, zum Beispiel mit ELMB, also Extreme Low Motion Blur. Diese Funktion schaltet das Backlight beim Übergang zwischen Einzelbildern kurzzeitig ab und sorgt somit für weniger Motion Blur und Ghosting, die den Spielspaß stark beeinflussen können. Am 5. startete dann auch schon die heiß ersehnte Computex-Messe in Taiwan. Dort gab es wie jedes Jahr sehr viele Neuigkeiten und innovative Ankündigungen sämtlicher Hardware- und Technikhersteller. Um diese Messe soll es in diesem Video allerdings gar nicht gehen. Zur Computex habe ich bereits eine eigene Playlist bzw. Videoreihe erstellt, in der ich über die Ankündigungen der verschiedenen Aussteller berichtet habe. Diese Playlist seht ihr nun oben rechts in der Infocard oder alternativ auch am Ende des Videos verlinkt. Machen wir also nun weiter mit Dingen, die außerhalb der Computex-Messe im Bereich Hardware und Technik so passiert sind, zum Beispiel Neuigkeiten seitens AMD und Samsung. Die haben nämlich nun offiziell bekannt gegeben, dass kommende TV-Geräte das altbekannte FreeSync-Feature unterstützen werden. Bereits Anfang April äußerte sich Samsung schon zu einem FreeSync-Support, einige Wochen später auch AMD. Am meisten werden wohl Konsolenbesitzer profitieren, die nun auch am TV die Vorzüge dieser Technik genießen können. Einen neuen Fernseher muss man sich nicht unbedingt anschaffen, sondern erhält diese Features via Update. Bislang beschränkt sich die Verfügbarkeit dieses Updates leider nur auf alle QLED-TVs mit einer Bildschirmdiagonale von 55 bis 82 Zoll, sowie Samsung-Modellen der NU8000er und 8500er Reihe. Könnt ihr mit diesem Feature für den Fernseher was anfangen oder spielt ihr doch viel mehr am PC, dass es sich für euch gar nicht wirklich lohnt? Stimmt dazu gerne jetzt oben rechts in der Infocard ab. Vom 12. bis zum 14. Juni und darüber hinaus fand die E3-Messe in Los Angeles statt, die größte Spielemesse der Welt. Zu der Zeit, muss man echt sagen, fielen die News im Bereich Hardware sehr gering aus, weshalb in diesem Zeitraum auch nur relativ wenig passierte. Nvidia hat in der Zwischenzeit seine Bordpartner über die Spezifikationen der nächsten GeForce-Generation mit dem Codenamen Turing informiert. Für gewöhnlich bedeutet das, dass es sich um maximal drei Monate handeln wird, bis neue GeForce-Grafikkarten endlich erscheinen werden. Auf der anderen Seite hagelt es Gerüchte, dass neue GeForce-Grafikkarten noch weiter verschoben werden, aus diversen Gründen. Ein Grund soll der hohe Lagerbestand an Pascal-Chips sein. Würde Nvidia jetzt schon die neuen Grafikkarten auf den Markt bringen, würden sich diese Chips nur noch schlecht verkaufen lassen. Im Endeffekt bleibt aber die große Frage offen, warum dauert es nur so lange? Eure Einschätzung, warum Nvidia sich so viel Zeit lässt, könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr gespannt auf eure Beiträge. Weiter geht es mit dem Allrounder der Peripherie, nämlich Logitech. Die haben nämlich zwei neue Tastaturmodelle aus der G-Serie vorgestellt, die den Namen G512 und G513 tragen. Diese bestehen aus Aluminium und sind dadurch laut Logitech sehr schlank, hochwertig, robust und haltbar. Außerdem bringen sie einen USB-Port für weitere Geräte mit sich und sind mit der Anti-Ghosting-Funktion ausgestattet. Zum Zocken lässt sich zum Beispiel die Windows-Taste deaktivieren, Makro-Tasten gibt es hingegen keine. Dafür hat Logitech aber an eine RGB-Beleuchtung gedacht. Im Zusammenhang mit diesen Tastaturen, die eine UVP von 129 und 179 haben, stellte Logitech außerdem die neuen GX Blue-Switches vor. Es handelt sich dabei um taktile Tastenschalter mit einem gewissen Feedback beim Drücken sowie einem hörbaren Klickgeräusch. Diese Switches werden in den neuen Modellen G512 und G513 verbaut bzw. erhältlich sein. Fahren wir fort mit einer ziemlich lustigen Aktion seitens AMD. Die betrifft zwar nur die USA, hat aber auch in Deutschland und auch in Europa auf jeden Fall für Aufsehen gesorgt. Intel hat ja kürzlich eine Jubiläums-CPU mit dem Namen i7-8086K herausgebracht und 1000 Stück verlost. Nun hat AMD wahrscheinlich als Marketing-Move eine Tauschaktion eingeleitet. Demnach dürfen am 25. Juni 40 Intel 8086K-Gewinner aus den USA ihren gewonnenen Prozessor gegen einen Threadripper 1950X eintauschen. Intel nahm diese Aktion mit Humor hin und äußerte sich auf Twitter wie folgt. Wenn ihr auch einen Intel Core i7-8086K haben wolltet, hättet ihr uns einfach fragen können. Danke, dass ihr den 8086 mit uns feiert. Meiner Meinung nach eine sehr lustige Aktion und eine gelassene Reaktion von Intel. Kommen wir wieder zurück zum Thema Tastatur. Diesmal nicht von Logitech, sondern von Corsair. Die haben nämlich nun zwei Neuauflagen altbekannter Tastaturen auf den Markt gebracht. Zum einen handelt es sich um die K70 RGB MK2 und zum anderen um die günstigere Strafe RGB MK2. Erstere Neuauflage wird nun teils aus Aluminium gefertigt und kommt mit einem RGB beleuchteten Corsair Logo daher. Sie ist mit allen möglichen Switches erhältlich, Red, Brown, Blue, Silent und Speed. Die Neuauflage der Strafe RGB besteht weitestgehend aus Kunststoff und ist auch nur mit zwei Arten von Switches erhältlich, die Cherry MX Red und Silent Schalter. Beide Modelle bieten Corsairs hauseigenes Beleuchtungssystem, Makros und Neubelegungen. Für USB Devices bieten nun beide Modelle einen USB 2.0 Anschluss. Was ist eure Meinung zu den Neuauflagen der mittlerweile schon älteren Tastaturen? Stimmt dazu gerne oben rechts in der Infocard ab. Bin mal auf euer Feedback gespannt. Intels zukünftiger Z390er Chipsatz ist ja schon längerer Zeit in aller Munde. Es ist bereits länger bekannt, dass es sich hierbei um eine Neuauflage des aktuellen Z370er Chipsatzes handeln wird. Nun sagt die Gerüchteküche aber, dass der neue Chipsatz wohl noch auf den 22 Nanometer Prozess setzen wird. Die anderen 300er Chipsätze, abgesehen vom Z370, werden im 14 Nanometer Verfahren gefertigt. Man ging fest davon aus, dass Intel mit Z390 nachziehen würde und auf dasselbe Fertigungsverfahren oder sogar auf ein besseres setzt. Inwiefern die Gerüchte zutreffen, wird sich dann im Herbst wohl herausstellen, wenn die Neuauflage zusammen mit weiteren Coffee Lake Prozessoren erscheinen wird. Der Speicherhersteller Micron hat nun offiziell vermeldet, dass die Massenproduktion des neuen GDDR6 Speichers begonnen hat. Der Nachfolger des GDDR5 Speichers startet somit in die Aufholjagd zum alternativen HBM2 Speicher. Je nach Ausführung soll GDDR6 einen Durchsatz von 10 und 14 Gigabit pro Sekunden erreichen. Dieser Speicher soll außerdem nicht nur Anwendungen im Grafikkartenmarkt, sondern auch in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Netzwerklösungen finden. Aller Voraussicht nach werden wir schon bei der neuen GeForce Generation Turing dieses Jahr auf den neuen Speicher stoßen. Ich bin gespannt, inwiefern sie letzten Endes wirklich zum HBM2 Speicher aufschließen können. Weiter geht es mit einem ganz besonderen CPU-Kühler aus dem Hause Thermaltake. Mit ihrer neuen Engine 17 Kühlösung bringt Thermaltake einen CPU-Kühler mit einer Höhe von gerade einmal 17 mm auf den Markt. Diese geringe Höhe bringt vor allem Vorteile in sogenannten U1 Racks, also extrem flachen Gehäusen mit sich. Aufgrund der geringen Höhe hält sich natürlich auch die Kühlleistung in Grenzen. Der Aluminiumlüfter erreicht 1500 bis 2500 Umdrehungen pro Minute und kann somit eine TDP von 35 Watt abführen. Der frühere Vorgänger der Engine 27 schaffte hierbei das Doppelte, war aber auch um einen Zentimeter höher. Der 17 mm Kühler ist lediglich mit 1151er Sockeln kompatibel und kommt mit einer UVP von 45 Euro daher. Der tatsächliche Verkaufspreis wird aber wohl deutlich darunter liegen. So langsam neigt sich der Juni dem Ende zu und die letzte Meldung des Monats betrifft AMDs neue Threadripper Prozessoren, beziehungsweise den 2.990X mit 32 Kernen. Nun hat der erste deutsche Händler diesen Prozessor nämlich gelistet und gibt einen Preis von gerade einmal 1500 Euro an. Bislang gingen die meisten Leute von einem deutlich höheren Preis aus, auch weil die Konkurrenz Intel beispielsweise ihren i9 7980XE mit 18 Kernen für um die 1900 Euro verkauft. Ob es sich bei dem Preis von 1500 Euro nur um einen Platzhalterbetrag handelt, ist bislang noch nicht geklärt. Fakt ist nur, dass ein solcher Preis gar nicht mal so unwahrscheinlich wäre. So, das waren jetzt die wichtigsten Neuigkeiten aus dem Monat Juni 2018. Welche Meldung hat euch am meisten gefallen, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wie versprochen seht ihr nun die Computex 2018 Playlist verlinkt. Solltest du auch in Zukunft kein weiteres Video mehr verpassen wollen, würde ich mich mega darüber freuen, wenn du meinen Kanal kostenlos abonnieren würdest. An der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Video, bis dahin, ciao, ciao. Bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Video.